Für euch wieder, und zwar eine Runde Rainbow Six mit den Kollegen, ne? Wollt ihr was sagen? Bro, der krieg auch am Start. So, ne, den wollen wir nicht haben. Wir nehmen hier mal genau diesen. Ähm, ja. Das ist der Schock am Start. Nimm mal einer, ähm, für, äh, den Term... Ja, hätte es zu spät. Bisschen zu spät, woher hätte es sie früher sagen müssen. Ist ja, äh, Bereich sichern. Da kann man ja mal schön reinfusen. Ja, Jules, das lange Let's Play liegt schon wieder ein bisschen weit her, ne? Das letzte Rating, das letzte Rating, das letzte Rating. Naja, egal, let's go. Alter, guck dir mal meinen Ping an, Alter, der geht grad richtig auf Rille. Wir sind direkt hier vorne. Ja, okay, Jungs, konzentrieren. Wir wollen das jetzt hier mal gewinnen. Ist mit Drang, Jungs, ne? Müssen wir jetzt hier mal, ähm... So, ist das jetzt dran? Ja, das ist jetzt mit Drang. Ja, ist dran, oder? Und Bereich sichern. Also, let's go, Jungs. Oh, nice, die kennen sich selber. Wer ihn einfach... Wer ihn einfach hingerichtet hat, er hat ihn einfach, zack. Oh. Mein Ping, Alter, absolut am Rasieren. 500er Ping, das bei ihm. Der würde auch nicht gleich wieder runtergehen. Ist auch... Ist auch clever, dass wir jetzt alle an, äh, einem, äh, Spot spawnen. Ich mach mal schnell mein WLAN aus. Und muss alle, jetzt auch mal, äh, einherziger Ping. Ich kann RAND richtig rein, drei Monate. Okay, aber, wow. Ich werde locker rausfliegen, Digga. Ich werde irgendwer das Gefühl haben, dass ich extremst hart verämen werde. Ähm... Wie man machen? So, die Cam back, Schulz. Schulz. Oh, 63er Ping, WLAN am Handy aus, dann läuft sie da. Hashtag ProHandräger, ja. Kann man hier irgendwie, äh, fusen? Ey, Jungs, Jungs, gibt's oben, gibt's oben eine Falltür? Gibt's oben eine Falltür? Ich glaube, ne? Gemma, in, äh, raus und weg. Komm mal einer hier, ich, ich hör mal hier. Ich glaub, die haben halt immer stillen. Achso, ja, Ben. Ah, fuck, 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 fuck. Oh, da war direkt mal einer. Oh, da sind Bände. Achtung, es rumst jetzt erstmal ganz geschmeidig. Ja, hinweg nochmal da draußen. Ja, ich hab einen mit Fuse bekommen. Nice. Scheiße. Weil ich so witzig bin, knall ich direkt noch ein zweites rein. Verletzt, ich hab einen geflag... Injured, Jungs, oh, Gott. Fuck, da war einer. Den hab ich aber angehittet. Der hat ein bisschen weniger Leben. Pass auf, ey, Jungs, Jungs, ein, ein, ey, Jungs. Ein, äh, passt auf, ein Stockwerk da drüber ist, ähm, ist, ist mute. Der wird wahrscheinlich die Treppe runterkommen, der wird wahrscheinlich die Treppe runterkommen. Nice, Jungs, nice. Eliminierungsassist. So muss das, Jungs, perfekt. Jungs, ich hab nichts gemacht, Alter. Ich hab nur den Callout, Alter. Ja, ich hab zwei gekillt. 46er Ping, 46er Ping. Ganz, ganz, gar, äh, ganz. Ruhig. So, Kinder. Ach, wir hatten jetzt schon wieder Valkyrie gepolt. Egal, nämlich Kapkan. Ja, okay, ne, 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 ne nirgendwo ist eine gute antwort gefällt mir so er kommt erst mal über die exit lampe kommt diese kommt diese schöner kurze und da haben wir schon der swinds ok der swinds ist natürlich auch ein cooler spruch wo knall ich sind jetzt meine letzten camps mal hin warte mal ich muss gerade mal kurz ja ich habe noch zwei wände ich knall hier in den nebenraum mal kurz noch eine cam genau dahin dem typen in die fresse so wo sind die rüstung ach da perfekt gut ich will auch ja ja da habe ich aber auch eine cam und ich habe noch zwei wände warte die bringe ich noch immer jetzt habe ich noch die schrotze von wahlkrieg ich wollte eigentlich die mp die werden uns 100 pro die fenster einer und das sage ich euch so schnell ist sicher wie das arm in der kirche alter die haben sich irgendwo durchgebrochen die kommen von der treppe ich glaube ich glaube ich glaube ist das weit weg ja nein das ist nicht gesund oh gott die hat mich so knapp verfehlt alter man kann ja mein kopf noch sehen scheiße fuck zweite nette ist drin naja ist oder hast du noch hast du hast du full life oder ja bisschen abgezogen aber es hat uns jeden schild drauf und steht blitz und noch zwei andere da draußen pass auf da ist einer vom gang pass auf will aus dem gang da ist gerade einer lag es liegt die fisten sich irgendwo durch ist die tür da offen oder kann ich zu der tür da irgendwie hinschneaken außer fenster also vom gang kommen nämlich safe eine ja ok ich habe die fisten sich irgendwo durch ich versuche ich hab da hab da perfekt ok ganz ganz ruhig die straßen egal dann bleibt drin lasst den reinkommen lasst den reinkommen wir haben alle keine long range laufen hendrik geht er weg hendrik geht er einfach weg hendrik geht er ein boah ich hab zu 1.000.000 prozent gesagt der sitzt hier der sitzt hier wo ich bin absolut tot jungs chill doch einfach na der stand hier direkt am fenster du bist echt irgendwie scheiße kann ich denn hier umlaufen ja fuck nein julius er kommt er hat mich gefunden ich war hier in der ecke gefangen er wird hinter dir kommen julius ja ich weiß ich weiß ich glaubs fuck halt einfach im raum der hat sowas noch nicht geschossen von wo ich bin da und glas steht draußen auf der terrasse da ja egal der muss ja reinkommen notfalls wenn er reinkommt da und da am fenster liegen noch meine bärenmatten da ist er wo spottet da wo gespottet ist der findet die kennen nicht jetzt kommt der steht im gang da wo gespottet ist da wo dauer gespottet ist jetzt geht er wieder raus 30 sekunden der kann nur reinkommen ja da muss kommen hier ich spottet hier alles da kommt der schatten hendricks einfach leise ja ich gehe mal sehr stark davon aus ich hoffe es und besser machen pro hendrick bin ich nicht nur mit hendricks hendricks mit hendricks 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 dann hendricks 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 lecker wie lamben in und somit weil ich bin so ein lama sagt älter aber lasst mich da mal rein füßen vielleicht vielleicht chillt hier einem vorraum ich fühlte einfach mal rein ja und ich hatte einen raum raum weiter geführt die valkyrie die wollte ich auch gerade weg holen ich kann zu mir geben da war einer warte mal warte mal bevor du bevor du das machst warte eben noch hier ja wohl doch jetzt ist das ein bisschen langweilig weil das so viele leute sind egal wette die machen jetzt komplett selbst wenn kann noch einiges kommen kommt das hat so funktioniert mit der schrotze probiere ich doch gleich mal probieren ja da müsste ich mal eigentlich ich müsste mir demnächst da mal einen timer stellen kann man kann man kann man eigentlich durch den drohnen eingang mit einer drohne durchfahren wenn ein schwarzes auge liegt ich glaube nämlich nicht warte ich mal kurz jetzt machen wir es mal ganz tricky hier okay die weiß ich ganz so klar so in gedanken das ist jetzt wieder so ein team digga what the fuck ganz ruhig kinder ganz ruhig drei leute haben platten noch nicht ja ich hab Zeit brauchen wir hier noch eine verstärkung ne ist alles soweit ganz gut ey ich will nicht gehen in den raum ne ich gehe da immer rein okay mach das das sind aber auch schwarze augen ne also ein schwarzes auge hängt oben hängt oben da an der leiter dran da könnt ihr gucken ob einer von der leiter kommt ohle ne kannst du die ganze zeit in der cam chillen so gut mir direkt mal das geile das jungs mal das kann man ja hendrik wenn die jetzt da runter fallen dann fallen die erst mal aufs schild das heißt wir können die erst mal abschießen weil die in der luft rumpacken ist echt scheiße aber hendrik ich glaube ich bin dann erst mal die aufgabe aufnahmen und dann mache ich noch mal ein neues danach weil wenn die nächste so elendig lang ist also ohne von oben ist keiner natürlich in der cam da ist noch keiner kann es aber auch kommen sie seiten kommen sie hendrik was denn wo ich bin ja ja da ist hier ein schild oder so glaube ich von der treppe kommt auch nix hendrik ne ganz sicher sicher ich hab dann schwarzes auge im drohnen eingang da ist nix phil backt voll in der luft rum alter der alberhaar schenkt rum nein ich hab nicht auf das ding hier gelegt ja ja aber weil du da so liegst packt das so rum was du warte brauchen wir noch ne wand zu verstärken oder ja genau mach mal die ball ne gib mal callouts gib mal callouts Julius guck mal bitte an der kurz cams warte kurz Julius du pep das ist schrei that was she said so ähm ne da ist nix da ist nix Ole kannst aber auch selber gucken die 360 grad teile ich glaub die wollen einfach gar nicht kommen ich glaub die verpissen sich einfach wieder die rennen wahrscheinlich jetzt irgendwo draußen wir nehmen nach dem nächsten bus und fahren dann wieder nach hause alter richtig um füll um stepster da geh dahin junge bei der falltür ja warte mal warte mal füll geh mal weg füll geh mal weg füll ich glaub ich hör da was warte warte ne da ist nix da war was bleib da ja ich guck nochmal weiter cams oh wahn alter das bockt sich doch nix ja voll ballert rum komm her ja wir gehen rein wird sich nicht nochmal so schön breitbeinchen legen das war natürlich okay das war echt ein bisschen traurig die runde älter also wirklich spaß gemacht hat das jetzt unbedingt nicht ja wow beeindruckend wiener so muss das hier naja hier sieht er nochmal jetzt in punktbestand ähm for my english viewers ähm in future i will make some more english ähm videos so you can expect some more videos for you in future i will be out and see you later bye